Ok, Ruhe bitte! Ruhe bitte, wir drehen! Hallo! Wir müssen das zusammen machen. Hallo! Update! Ne, Quatsch. Entschuldigung, du fängst an. Ich fang an. Also das war im Frühling 2012. Und Josefine und ich saßen im englischen Garten und wollten einen Spielfilm machen. Und die Josefine hatte schon eine Grundidee für eine Geschichte, die sie schreiben wollte. Und dann haben wir gesagt, wir machen das. Hallo! 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 Ich bin Laura Thies und ich bin die Regisseurin dieses Spielfilms. Ich bin Josefine Ehlert, ich bin die Drehbuchautorin. Wir machen es bitte nochmal. Und Schauspielerin. Und zusammen mit euch wollen wir diesen ganz besonderen Film machen. Ja. Bald der Worte! Es verschwimmen die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit. Es verschwinden... Es verschwinden die... Ist doch wurscht. Es verschwimmen und dann verschwinden. Und dann sagst du, bis Ende der Woche wollen wir 10.000 Euro Stufen... Ne, dann sag ich Stufen und Euro. Genau. Ja. Und dann sag ich das mit dem Zahnschutz. Mhm. Okay. Okay. Ich mein, es kann ja nur Schick geben. Update! Morgen früh 7 Uhr treffen wir uns mit Flying Rabbits, die mit ihrem Oktokopter, der Pizza, ist ein Hubschrauber mit Kamera, unsere geile Aktion posten und ihr hört von uns. Ich bin besonders gespannt auf die Pizza aus der Mikrowelle. Alles ist möglich. Pizza in der Mikrowelle ist möglich. 30.000 Stufen in 43 Tagen ist möglich. Total! Habt ihr fremde Zweifel? Jemals? Ja. Welche Treppen? Aber... Es ist halb drei. Wir hängen jetzt unser zweites Plakat auf. Das erste hängt schon. Hallo! Wo gehen wir hin? Wir gehen ins Kino! Was gucken wir uns an? Wir gucken uns an den Trader. Warte, warte! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017